und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu cod ghost so wir müssen uns jetzt ok so wir müssen uns jetzt hier vorarbeiten alter schwede hier wir stehen schon wieder schwer unter beschuss so müssen wir mal gucken dass wir hier irgendwie durchkommen oh shit the fuck ja wir haben es gemerkt wir sind von einer granate getötet worden hier wird nicht auf uns geschossen so aber nicht ok so einer haben wir noch so meine freunde so nicht zack weg ist weg bist du wow wow wir sind verletzt ja das habe ich auch gemerkt alter schwede und tschüss mein freund so nicht so nicht ok so jetzt ist aber schluss mit lustig hier und wir sind schon was ist denn hier heute los wir sind heute zu blöd zum spielen irgendwie keegan balkon gesichert wir können loslegen verstanden keegan leg mal los boah mit was schießt denn der hier alter schwede so so oh wir müssen wo müssen wir hin hallo hallo ok ja was sind jetzt hier so jetzt gucken wir ok wenn er mit dem aus dem wiki ist dann würde ich das ja gerne machen so gucken wir mal wo müssen wir hin die leiche da vom schaltpult erledigen wir unseren job los ok ok so zack hoch im grünen bereich grüner bereich logen so halten du musst den druck halten sonst gehen wir mit dem ding unter ok nicht in den roten bereich ok also los halt uns aus dem roten bereich dauert nicht lange ok ok das schaffen wir das schaffen wir schon ok ok wo 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 unter schwede wo Alter, was geht denn hier ab jetzt? Und, 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 und. Und zacka. Meine Fresse, geht hier wieder voll die Post ab. Da geht die Boerinsel. Wow, boah, alter Schwede. Da haben wir mal eben die ganze Boerinsel versenkt. Junge, Junge, das war heavy. Waffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie. Nah der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den Friedhof. Okay, das hört sich aber nicht gerade nach einer ganz einfachen Arbeit an, die wir da vor uns haben. Und ich nehme mal an, dass wir jetzt unter Wasser spielen dürfen. Ja, da lassen wir uns doch mal ganz schwer überraschen, was uns da jetzt erwartet. Und welche Aufgaben wir noch abfüllen müssen. Aber eine Runde baden ist ja auch mal nicht schlecht. So, jetzt müsste das Spiel nur noch starten. Dann wäre das mal gar nicht so schlecht. Okay, ja, mit Taucherflossen. Wow, geil. Oh, das sieht ja wohl mal richtig geil aus. Oh, cool. Cool gemacht. Ja, schöne Haie. Also ich muss sagen, das Spiel fasziniert mich immer mehr. Es ist richtig, richtig gut gemacht. Значит, halt, 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 halt. Okay. So. Jetzt geht's einmal abwärts hier durch die Kiste. Ruhig. Bewege dich langsam und bleib am Boden. Die Pflanzen sollten unsere Signatur verschleiern. Sekunde. Also es ist... Bootpatrouille. Okay. Wir haben wohl Gesellschaft. Warte, bis sie sich treiben. Okay. Weiter geht's. Aber schön unten bleiben. Das werden wir tun. Spiel gespeichert. Okay. Das heißt wahrscheinlich nichts Gutes. Denk dran. Unter Wasser sind Kugeln nicht so effektiv. Man braucht immer zwei oder drei Treffer. Feuerfreigabe. Sie haben uns. Schalt sie aus. Da kommen Feinde. Gut gemacht. Los, du hast was. Du bist in Deckung bleiben. Danke. Ah, das war knapp. Sonst wären wir wahrscheinlich jetzt wieder gestorben. Aber das ist hier mal richtig geil gemacht. Halt. Das wird nicht einfach werden, glaube ich, in diese Anlage einzudringen. Mal schauen, was das hier auf uns wartet. Ja. Scheiße. Schöpfe. Schöpfe. Wir haben hier unten eine Menge Aktivität. Sie brauchen Teile der Schiffswass. In den Schiffen könnten immer noch Baffen und Nuklearteile sein. Die geben es weiter. Gut gemacht. Ich zähle vier. Ja. Wir schatten Sie auf der Anzeichen aus. Feuer frei. Er ist erledigt. Sicher. Vorrat. Okay. Die hätten wir alle ausgeschaltet. Entschuldigung. Also das ist ja mal richtig, richtig cool gemacht hier unter Wasser. Da hat man sich wirklich was einfallen lassen. Auch wenn viele immer am Schreien sind. Das Spiel wäre total scheiße und hasse nicht gesehen. Ich finde das einfach nur, nur geil. So eine gute Position zum Flakieren. Feuerfreigabe. Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Ihr seid fällig für die Speckkiste. Oh. Zack. Bist du fällig? Ja. Mir nach. Ja, ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Okay. Dann werden wir das mal tun. Schön in die Höhle rein. In Ordnung. Wir gehen weiter runter. Behalte den tiefen Messer im Laufe. Alter Schwede, wo sind wir denn hier, ey? Da ist es. So, wir wollen mal die Tür aufschieben und gucken. Das war hier. Taka. Wow. Okidoki. Oh, ganz schnell weg hier. Verfolgen wir das Ziel, können aber nicht angreifen. Verstanden, 2, 1. Sieht euch sofort zurück. Negativ, negativ. Wir suchen einen anderen Weg. Wow. Was machen die da? Alter Schwede. Hier bricht die ganze Bude auseinander. Wir wollen uns noch ein bisschen beeilen. Okay. Also die graben hier irgendwas oder die versuchen irgendwas auszugraben oder was zu bergen. Ja, wir wollen mal gucken. Ziel nicht gefunden. Ja, wo ist denn unser Ziel? Alter, wo ist denn... Ah, da. Ne, das ist unser... Wow. Wir sind tot. Wo ist denn unser Ziel? Ich habe das nicht gesehen. Oh. Ich glaube nicht. Okay. Protoss-Rakete ist online. Wir haben nur einen Versuch. Ich hechte sie aus. Du nimmst sie. Oh. Klasse, du hast es. Wow. Oh. Scheiße, 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 scheiße. Ja, genau, das sagst du mal. Wow, jetzt geht es aber los hier. Oh shit, ey. Wir haben wieder mal die Arschkarte. Und wir sind tot. Ey, das gibt es ja gar nicht. Kämpfen sie ums Überleben? Ja, das mache ich doch, du Eierkopf. Wow, das war knapp. Ja, jetzt aber. So. So. Da ist es okay. Wow. Oh. Fuck. Oh, scheiße. Wow, wir haben hier richtig Scheiße am Hals. Jetzt ja hier bricht alles zusammen. Oh. Schnell hier raus, schnell hier raus, schnell hier raus. Komm, komm, komm. Ja, wo bist du denn, Kollege? Wir sind schon wieder gestorben. Ich glaube das alles gar nicht. Wir haben hier raus, los, los. Wir haben los, los. Viel erledigt. Wir haben hier. Wir haben hier. So, die schaffen wir aber noch hier. Nein, 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 das kannst du voll vergessen. Das kannst du voll vergessen. Das kannst du voll vergessen. So, bist auch fertig. Okay, wie du hast ihn. Ich habe ihn erschossen, du Eierkopf. Okay, das hätten wir, glaube ich, jetzt. Wo müssen wir hin, Kollege? Okay. Die hätten wir, glaube ich, soweit jetzt alle ausgeschaltet. Ah, da hinten ist noch einer. Den müssen wir noch haben. Okay, dann geht es mal weiter hier, wa? Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Alter, rumschieße. Oh, wow, 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 wow. Alter. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow.